Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Ja, der Lebotobi Laki Laki in Indonesien ist ausgebrochen. Und zwar hat er eine heftige Eruption verursacht, die sogar mit Satelliten beobachtet werden konnte. Es gibt etliche Schäden. Die genaue Entwicklung des Vulkans momentan ist nicht bekannt. Es kann durchaus sein, dass es dort zu weiteren Eruptionen kommt. Der Lebotobi ist bekannt dafür, dass er hauptsächlich explosive Ausbrüche verursacht und die können sehr heftig sein. Der Ausbruch, der jetzt heute am 4. November stattgefunden hat, da gibt es Fotos, unter anderem auch von der vulkanischen Behörde in Indonesien oder der Vulkanbehörde, bestehend aus Geologen und Vulkanologen. Das ist das Foto, was ich bestätigen kann, dass das definitiv verifiziert ist. Auf Twitter und auf TikTok und so weiter und so fort gibt es zu diesem Thema heute Videoaufnahmen, die definitiv nicht zu diesem Vulkanausbruch gehören. Das ist also immer so ein Thema. Deswegen gibt es jetzt hier auch kein Video zu diesem Thema, was ich euch zeigen kann, weil ich nicht genau weiß, ob diese Aufnahmen tatsächlich von diesem Ausbruch stammen. Fakt ist jedenfalls, dass es eine heftige Eruption war. Es gibt auf Twitter dementsprechend auch verifizierte Fotos von Magma. Das ist also die Behörde, die sich mit diesem Thema beschäftigt. Unter anderem haben die auch überall Kameras, die dann immer diese Fotos machen, wenn hier ein Ausbruch stattfindet. Was man hier sehr schön sieht, das ist die Eruptionswolke, die entstanden ist. Und die war durchaus beeindruckend, die hatte wohl eine Höhe von drei bis vier Kilometern. Hört sich jetzt erstmal nicht so schlimm an, aber so wie es momentan aussieht, gab es auch pyroklastische Ströme und es gab Ortschaften, die von diesen pyroklastischen Strömen betroffen waren. Das ist natürlich ein Problem, was man nicht unterschätzen darf. Das heißt also, es wird unter anderem auch von Todesopfern gesprochen, bezüglich eben genau der momentanen Situation. Dieser Vulkan hier, der ist seit Monaten aktiv. Ich habe als damals auch eine etwas höhere vulkanische Aktivität in Indonesien, war einen größeren Ausbruch auch verfolgt und dementsprechend auch dokumentiert. Und der Vulkan hier, das ist auch einer, der immer wieder jetzt Ausbrüche verursacht. Und die können auch sehr heftig werden bei diesem Vulkan. Deswegen muss man hier gut aufpassen. Wenn man hier mal Himawari nimmt, also einen Satelliten, einen Überwachungssatelliten, der unter anderem auch Indonesien ablichten kann. Das ist ein super toller Satellit, der hier verwendet wird, um eben hochauflösende Satellitenbilder dann auch zu zeigen. Also immer wieder sehr interessant, damals als Hunga Tonga auch den Ausbruch verursacht hat, war dieser Satellit der beste Satellit, um sich sowas anzugucken. Wenn man hier ein bisschen reinzoomt, es geht leider nicht so weit, wie man es gerne hätte bezüglich des Zooms. Aber dann seht ihr das hier, dieser Streifen hier, dieser schwache Streifen hier, das ist der Ausbruch des Levotobi. Das heißt also, es gab schon eine größere Eruptionswolke. Wenn man mal so in den Tag hinein dann sich vorarbeitet, dann sieht man, wie sich diese Eruptionswolke langsam ausbreitet. Durchaus ein relativ großes Gebiet bedeckt. Auch das ist eben das Zeichen dafür, dass die Angaben, die am Boden gemacht wurden bezüglich der Eruption, sehr gut passen zu dem, was man eben auch mit dem Satelliten sehen kann. Diese Vulkane in Indonesien, ob das der Ibu ist oder der Semeru oder unter anderem jetzt auch der Levotobi, das sind Vulkane, die immer wieder sehr große Ausbrüche verursachen können. Ab und zu knallt es dann richtig, wobei die Vulkane, die wir jetzt hier betrachten, wie zum Beispiel der Levotobi, nicht für diese gigantischen Eruptionen bekannt sind. Nichtsdestotrotz können sie sehr große Eruptionen verursachen. Zwar keine gigantischen, aber immerhin sehr große. Und es besteht immer die Gefahr, dass dadurch auch Menschenleben gefährdet werden durch solche Vulkanausbrüche. Also das ist schon eine interessante Geschichte, wenn man sich die Vulkane hier in diesem Bereich mal ein bisschen genauer anschaut. Vor allem, wie viele Vulkane es dort gibt. Und wie viele auch das Potenzial haben, große Ausbrüche zu verursachen. Also richtig große Ausbrüche. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel mal einen Tag weitergehen, das heißt, es überschneidet sich natürlich jetzt UTC-Angaben und dementsprechend auch die Ortszeit, die wir dort haben. Dann sehen wir, wie sich diese Eruptionswolke so langsam über ein größeres Gebiet ausbreitet. Hier ist sie dann schon nur noch sehr milchig zu erkennen in dem Bereich, aber durchaus noch sehr präsent. Es gab auch heftigen Ascheregen und damit verbundene Probleme. Und ja, das erzeugt natürlich auch immer Panik. Klar, so ein Vulkanausbruch ist nicht ohne und kann unter Umständen verheerende Auswirkungen haben. Das haben Vulkanausbrüche in Indonesien, in verschiedener Vulkane auch schon des Öfteren gezeigt. Ob sich die Situation jetzt entspannt im Laufe des Tages heute oder ob es zu weiteren Eruptionen kommt in dieser Größenordnung, kann man momentan noch nicht sagen. Fakt ist jedenfalls, wenn man sich in diesem Gebiet aufhält, sollte man extrem vorsichtig sein und vor allem auf die Behörden hören, die dort natürlich auch versuchen, jetzt Sicherheitszonen um den Vulkan einzurichten. Und die Warnstufe ist dementsprechend in diesem Gebiet auch sehr hoch. Deswegen eine durchaus markante Gefährdungssituation in diesem Gebiet momentan. Aber die Leute, die dort wohnen, die wissen das. Touristen, natürlich immer das andere Thema, die können solche Situationen natürlich relativ schwer einschätzen. Klar, wenn man erstens nicht in dem Thema drin ist und zweitens ortsfremd, ist es schwierig, solche Eruptionen dann einzuschätzen. Aber die Eruption war sehr groß. Das war auch sehr deutlich zu hören, was dort passiert ist. Nicht, weil ich das selber gehört hätte, sondern weil man die Art der Eruption, die dort stattgefunden hat, relativ gut einordnen kann, auch bezüglich der Lautstärke. Das heißt also, ja, auch das konnte man mitbekommen, selbst wenn man den Vulkan gar nicht gesehen hat, weil ein Berg dazwischen war. Also das ist schon eine heftige Eruption, die dort stattgefunden hat. Wie gesagt, das kommt jetzt immer darauf an, wie sich das im Laufe des Tages dann entwickelt. Kann man noch nicht genau sagen. Aber bleibt da mal am Ball. Solltet ihr euch in diesem Gebiet jetzt aufhalten, natürlich immer höchste Vorsicht. Der Vulkan kann durchaus noch mal richtig husten. und aufgrund der pyroklastischen Ströme natürlich auch immer eine Gefahr, auch in einem größeren Umfeld um den Vulkan. So, meine Lieben, schöne Zeit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Musik. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020